Ganz ehrlich, dann merkst du einfach, wie wenig Leute Medal of Honor spielen. Schau mal, wir haben jetzt 26 Tokens gespendet, plus ich meine 11 vorher. Und wir sind auf Platz 6 weltweit. Das ist schon traurig, ganz ehrlich. Na, ich wollte... Naja, nicht ohne Grund wurde Danger Close geschlossen. Gell, Basti? Das Entwicklerstudio wird geschlossen. Ja, warum wohl? Also, Medal of Honor. Medal of Honor Warfighter. Sag mal... Oh, da hab ich dich! Da hab ich dich! Da hab ich dich! Ja, mich hat diese ARN-BV schon wieder. Das gibt's doch nicht. Der! Ja, der hat mich. Auch. Ja, mich auch. Boah, Mann, ey. Das gibt's doch nicht. ARN-BV ist gay. Das ist der schlimmste, unfairste Cheater-Klein, der es auf der Welt gibt. Ich wette, wir werden es nicht schaffen, die erste Bombe zu legen. Tun uns so. Der war jetzt geil. Und da hab ich irgendeinen Typen. Was weiß ich, was ich grad geschafft hab? Leg die Bombe! Wo kann ich sie legen, verdammt? Leg sie! Oh! Nein! Oh, verdammt! Oh, verdammt! Sissi! Ach, shit! Du bist so ein übelster Homecoming! Ich deponier sie, ich deponier sie! Ich deponier sie! Ich deponier sie! Ich deponier! Er hat als erstes deponiert. Ey, was, das ist was geil, wa? Du. Ah, so! Egal, weißt du, das ist cool, wa? Schau, ich, äh, in dem Haus da, äh, mit einem Schuss, zwei Typen mit einem Schuss weggerotzt. Das war cool. Nein, das war ein bisschen fail. Und schon wieder diese R'n'B. Egal, Basti! Komm in der Mitte, das ist doch eventuell ein Arsch. Ich bin besser als der R'n'B. Ich bin besser als der R'n'B. Ich bin besser als der R'n'B. Basti, wir müssen uns einfach nur covern. Komm, kriegst du hin. Du bist Basti. Du bist Basti, fucking. Äh, ich will eine andere Waffe. Okay, alles. Bitte, komm, sechs Sekunden. Wenn die jetzt entschärfen, wenn die jetzt entschärfen, dann war's das. So, ich hab mal ein Flashback. Oh, ich hab mich mit meinem eigenen Flashback geblendet. Ich bin, ich bin... Ey, Basti, ich bin so gut. Schau. Okay, ich deponier. Schütz mich, schütz mich, schütz mich, schütz mich, schütz mich, schütz mich. Sie kommen, sie kommen. Oh. Hab zwei, hab zwei. Ey, dann entschärfen die meine Bombe und jetzt kriegt der Basti extra Punkte. Basti, gib mir doch nie. Danke. Schüsste, du. Hab schon, hab schon. Töt ihn, töt ihn. Nimm mal die Bombe. Hab ihn. Basti, das ist in zwei bei der Bombe. Einen hab ich. Der andere hat nicht getötet. Ich hab ihn, ich hab ihn. Ich darf nicht sofort bei despauen. Doch, darf ich. Boah, die sollen mal diesen blöden Sensor ausmachen. Der tut mir in den Ohren. Ja, einen hab ich vorhin schon in den Richtstauber. Ich sollte wieder weggehen, oder? Ups. Da macht jemand. Geh, Tomahawk, du Sackgesicht. Zack. Dank mir, deine Bombe gerettet. Sieh, scheiße. Hast du gesehen, wie geil meine Leiche geflogen ist? Nein. Die war echt cool. Ähm, ich will jetzt mal eine Switchplay testen. Ich hab sie schon lange nochmal gespielt. Basti, bitte, kannst du bitte kurz? Mach schon. Dankeschön. Dankeschön. Wenn du mir jetzt wegstirbst. Das ist so gut, Basti. Ist echt so gut. Ich warte, ich treffe keinen. Ich hab, ey, ganz eh. Nein. Ich seh, ich seh keinen. Ich seh niemand. Da. Nein, 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 nein. Pfff. Pasti, weißt du eigentlich, dass ich der weltbeste Medal-of-Honor-Spieler bin? Pasti? Nein. Habe ich dir doch schon öfters erzählt, Ken? Doch, weißt du, was ich gerade hinbekommen habe, ey. Drei Gegner an einer Stelle. Dann sehe ich nach einer halben Stunde doch echt mal welche mit meiner Switchplay, okay? Alter. Lebst du? Nein, ich bin tot. Dann Swarm bei mir. Gib mir scheiß Leben. Ich muss erst noch Klasse wechseln. Scheiße! Ah, nee. Ich dachte, ich hab rückzuck gedrückt. Da hat ich mal eine PDM hingetan. Wett ich drauf. Ich laufe nicht als erstes Mal rein. Legt schon jemand. Legt schon jemand. Was ist das denn? Das klappt nicht so gut. Du Sackfresser. Ne, mal Basti. Ich erzähl dir jetzt echt mal, was ich mit meiner Switchplay gemacht habe. Schau. Erst sehe ich gar keinen Gegner, okay? Und dann sind drei an einer Stelle. Und weißt du, was ich mache? Warte, da musst du jetzt ganz kurz mal aufpassen. Ich hab die... Äh, okay, doch nicht. Ganz kurz. Schau mal nach rechts, okay? Warte, 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 warte. Du siehst doch da dieses Schild da dann. Dieses rote Schild. Ich seh drei Gegner und hau meine Switchplay gegen das Schild. Ich bin so ein Genie. Achso, das ist ein Teamkollege. Oh, krankig. Achso. Der wirft C4. Ja. Ach, von oben kommt einer. Von oben kommt einer. Das! Ich, ich, ich glaube, ich tick gleich aus. Erst hau ich meine Switchplay gegen ein Schild. Gegen ein Schild. Gegen ein Schild. Und jetzt werde ich durch eine blöde Mine getötet, die fünf Meter weg von mir lag. Ist so scheiße. Egal, ich bin trotzdem Erster. Auf, lauf, 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 lauf. Merkst du eigentlich, wie scheiße unser Team ist? Also außer du natürlich, Basti. Nee, ich hab das nicht. Da, den Jude. Der hat... Der hat eine Pumgatt-Schuss aus 50 Zentimeter überredet. Total in den Bauch. Was hat das denn schon wieder? Das hat sich der gerade erwischt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich drei Gegner sehe. Drei Huren und Gegner. Und dann töte mich irgendeiner mit einem, ich weiß nicht was. Mit einem Papierflieger oder so. Ey, was, was, was mir, was mir, ich wette, es wird mir irgendwann passieren, dass mich jemand mit so einer Raven tötet. Der haut seinen Papierflieger auf mich und tötet mich damit. Da, du Kack-Sniper. Die Ding hat mich doch die Wand getötet. Ich glaub's nicht. Ey. Dieser Judas. Ey, Mann, du bist echt Judas. Schau dir deinen Blick an. Ganz ehrlich, du bist einfach das Böse. Ganz ehrlich. Dieser Scheiß... Wie heißt diese... Allen-Bie-Pisser. Aua. Nennen sie einfach Allen-Bie-Pisser. Mann, gib mir aus dem Weg, du Kack-Sniper. Seigefax mal, unterscheiden zum Verletzten. Wenn du da noch einmal rumhämpelst, ich schwöre, ich häng mich auf. Wie hieß nochmal diese... Drehbiene. TDM. Sack, du Sackgesicht. Jetzt hab ich dich. Jetzt hab ich dich. Und was machst du jetzt? Da hab ich dich auch. Da hab ich dich auch. Oh mein Gott, ich rage grad so los. Basti, Basti, Basti. Wenn du jetzt nicht covers, wenn du mich... Wenn ich jetzt sterbe. Ich glaub, wenn meinst du's falsch tun. Wenn ich jetzt sterbe. Warte, Huck. Ach, nicht die Huck. Warte, warte. Ich tu kurz mein Ding da losfliegen lassen. So, jetzt, wenn wir das... Kommt, da kommt welcher. Siehst du sie? Cover mich. Jetzt hilf mir doch mal. Ja, ich bin da. Der kommt durchs Fenster wahrscheinlich. Oder nee, er kommt durch die andere Seite. Oh, da hab ich dich. Da dachtest du, du könntest einfach so rein, aber... Ah. Präsident Sackfresse sag ich dazu bloß. Basti, kannst du Präsident Sackfresse? Nein, warte. Tut doch nicht deine... Ich arrive in meinen Fliegtön noch. Oh, egal. Expedier. Expedier. Dann stellen wir dich jetzt nicht auf. Da kommen wir mal auf der anderen Seite. Nee, vielleicht schon. Ich hab keine Ahnung. Der erschärft! Er erschärft! Ich hab ihn nochmal. Pass auf, lauf! Ach, das ist doch einer. Das sind drei. Nee, ich bin tot. Egal, aber die Bombe ist explodiert. Ja, gut. Und ich hab noch meine Lenkrakete freigeschaltet. Komm, jetzt hab ich meine Lenkrakete. Und ganz ehrlich, unser Team ist so übelst scheiße, was. Ihr musst doch schon mal zugeben. Wir laufen alleine vor, machen die Bombe und die... Ja, die haben sich vielleicht abgehalten vorm Reinkommen oder so. Keine Ahnung. Schau's mal an! Okay, der eine hat noch 13, 14 und alle anderen haben gar nichts. Kann's nicht anstellen. Meine Tabulatotast ist irgendwie kaputt. Ich weiß auch nicht. Ah, Basti. Wer braucht ja auch bald eine neue Tastatur? Oh, 13. Ich konnte doch nie auf meiner Tabulatotast nachschauen, wie es in einem Spiel steht. Da hat der Basti den besten Computer von uns allen. Und dann ist er der Einzige, der nicht mit der Tabulatotast da drauf haben kann. Nein, jetzt bin ich am Rück... Hä, Basti? Ich bin am Rückzugsputz und bin näher dran als du. Das finde ich wohl da nur scheiße. Komm, jetzt hau ich erstmal meine Lenkwisse. Nein. Nein! Das gibt's doch nicht. Ich bin an der Holzballette hingelieben. Ich will einfach nur sterben. Dann stirb doch. Ich weine gleich echt, Basti. Ich war das ernst. Schau. Ich... Ich... Gerade in der Sekunde wirklich, wo ich in meine Lenkmissile gehe. In der Nanosekunde werde ich von hinten getötet mit einem Tomahawk. Ich kann mich aufhängen, ganz ehrlich. Ich häng mich, glaube ich, echt gleich auf. Ehrlich mal, Basti. Ich hab meine Lenkmissile. Ich hab heute fünf Lenkmissiles gehabt und keine... Basti, fünf Lenkmissiles und keine Kill. Keine... Ich häng mich gleich auf, ich schwöre es. Was war das, dass es mein Läufer noch ist? Fünf... Basti. Ja. Du... Ehrlich, Mann. Ehrlich, Mann. Ich... Weiß... Schau. Ey, dieses Spiel... Es macht mich so übelst fertig. Das gibt's doch nicht. Es macht sich so fertig. Es gibt doch nichts. Das ist Judas. Ey. Es... Es erregt mich so... Schau. Das ist so eine Scheiße. Der Zweigänger explodiert. Beide. Pupp. Dann laufe ich einen Meter weiter. Ach. Ich denke, okay, alles gut. Sterbe. Ey, Mann. Ich schwöre euch. Ich hänge euch alle auf. Ey, ey, Basti. Wenn wir diese Runde nicht gewinnen. Wenn wir diese Runde nicht gewinnen. Ich... Ich schwöre es einfach. Ganz ehrlich. Ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Dieses... Spiel raged einfach nur. Es macht uns keinen Bock, Mann. Und ich hau mich. Und ich... Ich glaube, ich ritze mich gleich durch das Spiel. Echt. Ich mache gar keinen Kill mehr. Echt, Mann. Echt, Mann. Was soll das? Was soll die Scheiße? Ja, hammer dich. Stahlheisenkopf. Rache ist Blutwurst. Oh, mein Gott. Du hast den Weg. Ich cover dich. Ja, ich lege. Dann cover mich aber gescheit. Ich stehe hinter dir und hoffe, dass dich keiner abschießt. Schei... Wohin nicht so gut geklappt. Scheiße, ich bin auch tot. Es ist eine Scheiße. Ich stehe... Scheiß LaRuda, aber ich habe uns damals schon aufgeregt. Ja, aber schau mal. Ich stehe 10 Meter hinter dir. Und wen ballert der als erstes ab, weil er eine Sekunde aus der Deckung geht. Ganz ehrlich. Spiel. Ey, ich hänge. Oh, Fenster vergessen. Sackgesehen. Ey, Mann. Ich kriege... Wenn wir die Runde nicht gewinnen. Und wenn ich nicht erster bin. Ich bin jetzt ehrlich. Gute Spieler, fuck das eben ab. Wenn sie einfach mal... Ja. Ja. Unbelievable. Oh, Judas. Oh, ganz ehrlich. Es kotzt mich so an, dass man hier nicht Leichen penetrieren kann. Penetriert. So. Erstmal hier. Bam. Boom. Ihr Sackgesichter. Bam. Ist mir so scheiße gehalten. Man soll mich hören. Aha. Aha. Team Bravo. Aha. Team Bravo. Basti, man hört dich übrigens auch. Und genau jetzt ist das Spiel aus. Tja. Alle gemacht, würde ich mal sagen. Diese RNBV. Fertig gemacht. Basti, sag was dazu. Gangster. Diese scheiß RNBV, ey, man. Die regen ja so auf. Aber trotzdem hier gewonnen. Teamwork. Best Squad Team, Fireteam ever. Oh, ey, das war die schlimmste Runde. Ah. Basti, sag ruhig was. Komm, du stört keinen. Was soll ich machen? Du sollst was sagen. Freu dich. Ey, schau mal, wir beide haben... Ey, wir beide haben zwei Bomben gelegt. Das war die Musik. Schnaps. iş Verl spe ama toes